Okay, 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 das ist gar nicht gut. Wie kommst du drauf? Scheiß... Jonas? Ja, komm schon bitte, 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 sie hat Plus 4, sie hat immer Plus 4. Hey und willkommen zu einer neuen Folge KE-KW mit den bekannten Leuten Dani, Kati und Jonas, hallo ihr alle. Hallo. Wieder mal bei Uno zu viert, diesmal, Dani, du darfst gerne erklären, was wir heute denn so schönes spielen, ja, es wird sehr interessant. Wir spielen eigentlich, wir haben letztes Mal bis auf 2 gegen 2. Genau, also jetzt sind zwei Teams, können wir uns ausschalten, wer geht? Nein, der gegenüber von einem. Nein, Dani, wir... Nein, Dani, wir, warum wir, du wirst mich an, du wirst dich wieder anschrauben. Hat zu Beginn, wartet, Dani, wir uns anschrauben. Mal gucken wir, wir sehen, wir sind gegenüber, wartet. Übrigens, Leute, wenn euch das natürlich hier gefällt, so allgemein, dieses Projekt, dann lasst es uns doch gerne wissen, unten mit nem Daune unten. Ebenso auch der Jonas nimmt's ebenso auf, auf seinem Kanal auch gern mal vorbeischauen, ebenso auch bei Jonas, ne, wir beide nehmen auf, ich und Jonas, ihr wisst Bescheid. So, und jetzt geht's los. Etz und Kati gegen, äh, Lütz und Jonas. Oh mein Gott. Ja, jetzt... Moment. Hä? Du spielst mit Jonas? Ja, du spielst mit Jonas. Oh, Jonas. Jonas? Oh ja, Mann. Scheiße. Das ist nicht gut, Jonas. Äh... 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 Verbindungszeitüberschreitung. Dankeschön. Was? Nein! Okay, Leute. Nochmal. Verlassen. Einmal verlassen. Jonas. Ja, 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 okay. Uno, mal wieder ohne Probleme, ne? Ja, klar. Ja, klar. Jonas, das ist nur, weil du das Uno beendet hast. Oh, Jonas, endlich. Applaus an Jonas. Wirklich Jonas. Juhu! Super! Man, Jonas! Ja, ich hab von dir über Ende. Jonas, du hast nur eine halbe Stunde Zeit. Man, Jonas, Zeitdruck. Aufnahmetermin einhalten und so. Ich war auf ne Einladung. Ja, wartet doch. Warten alle auf ne Einladung. Warte mal. Ich nicht. Kann dir mal gesagt. Lütze! Ja, ich nehm doch grad an. Schöner mal. So. Hallo. Ich finde übrigens sehr schön, dass bei mir hier auf YouPlay immer noch das alte Profil drin ist. Hm. Lass du date. Ja, auf jeden Fall. Leute, es geht schon los. Es geht los. Spielmodus. 2 gegen 2. Auah. Schon wieder. Tschüss. Männer gegen Frauen. Jungs gegen. Ich nehm, ich nehm, ich nehm gegen Jungs. Oh Gott. Ja, zieh erstmal welche. Perfekt. Oh. Oh. Jonas, jetzt hauen wir die weg. Oh, Jonas. Jonas, überleg dir was du tust. Oh mein Gott, dein Ernst? Ja. Verdammt, Jonas! Verdammt, Jonas! Du hast doch mit, alter! Oh. Oh. Kann mich das vielleicht legen. Oh. 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 Okay. Konzentration. Okay, okay, okay. Ich seh schon, Jonas. Perfekt. Taktik, Jonas. Taktik, Jonas. Du weißt, was ich machen werde? Taktik, Jonas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast mit Katzi gerettet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast mit Katzi gerettet. Von den Acht. Oh mein Gott, du hast mit Katzi gerettet. Oh mein Gott, meine Mutter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ehre. Ehre. Ich habe mich mit mit drauf gerechnet. Oh du, ich lege mal, ne? Oh. Oh, nein. Die hätte so hinfrauen können, wie das. Genau, das hab ich. Wollte ich sagen. Oh. Danke, Schatzi-Puk. Ach, gar kein Problem, süßer. Kannst du mir später danken? Man hat richtig gemengt, dass du nicht wusstest, was du antworten sollst. Ja, unter wem er meint. Hab kurz geguckt, dass ich jetzt nichts Schlimmes sag. Also überleg nicht, ach scheiß doch jetzt. Ich bin zu konzentriert in diesem Game, dass ich nichts Falsches mache. Ah, Moment. Ah, perfekt, siehste. Ah, ist bediktet. Katzi? Mhm. Oh, oh. Oh, die machen meint. Ey! Oh, was? Und? Ja. Hm. Hm. Okay, kann ich nix machen. Katzi sägt dir einen. Jupp. Nein! Oh mein Gott, wähle weiter. Ja, die sterben, Alter. Ja, das kann ich so, aber. Warte. Oh, scheiße. Ja doch. Oh, vielleicht, vielleicht, Jonas. Jawoll. Jawoll. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Oh nein, oh nein, wenn das funktioniert. Jonas, alles gut. Das wird. Das wird. Das wird nicht. Alter. Spiel. Häng jetzt dich nicht auf. Schreit nicht an. Mein Spiel hängt grad komplett. Nichts machen. Aber er hat noch. Es gibt Zeit. Oh ja. Ah, er hat Zeit. Ja. Sind wir uns wieder am überwendigieren? Katzi, du weißt, was zu tun ist. Alles. Ist egal. Es ist komplett egal. Ja. Lass sie doch aussetzen. Nein, das hätte doch keinen Sinn gemacht. Siehst du, Jonas? Was wir aussetzen, Mann? Ah, Jonas. Jetzt high five. Drei, zwei, eins. Okay. Hab ich auch was zum gemacht, ne? Ja, die Cam. Ja, ja. Ich auch. So. Okay. Jetzt wieder ne? Jonas, mitdenken. Hä? Hä? Warte. Deinicke, lege dich. Ah, ja. Ja, die riskierst. 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 Riskier. Riskier? Riskierst. Riskierst. Du hast mir nen Eigentor geschossen, du holz. G temple. Er macht es wirklich! Jonas, kannst du das nicht mal? Ach. Okay. Alter. Er vergiss, dass er so Dieb ist. Oh Mann! Es gibt ein Team! Ich wusste... Oh... Oh... ich will mir die karten behältst du wechseln siehst du das egal es hätte nicht funktioniert doch ja jawoll jonas glaubst du auch also gelb oder ja 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 okay erstmal ganz ruhig perfekt okay jetzt müssen wir überlegen das ist nicht dein ernst ja haben wir rein ich bin scheißegal ja jawoll abhalten können so das war ich habe wieder bei uns war weg ich kann gar nichts ich hoffe Ich mach das! Oh Gott, Kati! Oh mein Gott! Gelb auf Gelb! Das ist so gut! Oh mein Gott! Lukas! Du Arsch! Alles gut, bitteschön! Du Arsch! Ich bin hier gerade gegeneinander! Nein! Jonas! Kati! Hey! Uff jetzt! Boah! Boah! Daniel wollte schon drücken, ich hab schon gespürt! Da kam schon der Mauskick! Leider, ich weiß nicht! Oh scheiße! Bestimmt nicht! Ja, Mann! Bestimmt doch! Boah, es ist übelst eng! Ja, wir haben immer so gut auf Zauber runtergestimmt! Alter, wer mischt denn diese... Tolle Karten! Wow! Tolle Karten! Wow! Wow, Jonas! Wirklich? Aber war okay, war doch okay! Wenn ich das Schicksal einfach nicht leiden kann! Das ist gut! Alles Taktik! Bist du? Alles gut! Du bist meine Bank! Du sammelst! Alter! Jonas ist die Bank! Jonas ist die Bank! Jonas ist die Bank! Jonas ist die Bank! Was macht ihr denn mit ihm? Alter! Was hätten sie denn gern? Was hätten sie gern? Was hätten sie gern? Scheiße! Jonas! Ich mach was jetzt! Ich mach was jetzt! Ab der nächsten Runde, okay? Alter, dein Ernst! Jonas, ab der nächsten Runde habe ich ge... Jonas, ab der nächsten Runde jetzt! Kakti! Ähm... Mach irgendwas! Das ist egal! Es ist halbstimmt! Ja! Okay! Gut! Toll! Er versteht nicht, was ich mein! Juck, er hat schon nicht gesehen! Jonas! Das! Das hier ist eine Karte! Die habe ich jetzt genutzt! Okay, okay, okay! Das ist gar nicht gut! Wie kommst du drauf? Scheiße! Jonas? Ja! Komm schon bitte, bitte, bitte! Sie kam plus vier! Sie hat plus vier! Die hat immer plus vier! Nein! Ich hab ja noch eins auf! Nein! Ich hab doch doppelt zu viele Punkte! Boah, Dani, ehrlich! Also... Ich hab's predicted! Jetzt wirklich überall... Jetzt weiß es womöglich jeder, ja? Dani... Und... Kati zusammen! Sind die plus vier drauf! So, äh... Wie viel haben wir schon viel Zeit? Geht sich noch einmal? Ja, 20, 12 Minuten! Ist ja gut, geht sich noch einmal aus! Es ist ja gut, geht sich noch einmal aus! Wir können es noch mal genauso machen! Kati, kannst du mich hier, ja? Mhm! Vertreib jetzt nicht! Habe ich nicht vor! Gut! Ich ziehe auch erstmal, ja? Mhm! Auch ganz cool, so! Mach mit! Ein paar Karten zu haben, weißt du, das ist immer gut als Backup, genau, dann wächst ich auch gerne mal ein bisschen die Farbe Weil's so lustig ist, haha Ich, ich, ist gut Unterhaltsam, genau, sehe ich auch so, perfekt, danke dir Jonas, jetzt Gib's mal ne Hauch raus, Jonas Perfekt, krasse Karte Scheiße, drück ja noch, du bist im Arsch Schade Ja Oh Irre Grün, 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 scheiße Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Oh nein Nein, 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 sie hat, sie hat blau Ich, 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 okay, abziehen, ich hab sie bekommen, Jonas Ich hab die Ehren, Ehrenloschen, die vier legen können, sie hat einfach gehoben, so gehört sich Teamarbeit, so Jonas, ich hab's geschaut, ich weiß jetzt, ich hab jetzt ein paar Sachen, ne, also, ich weiß nicht, wie reagiert Wirklich? Ja, ja, ich hab dich verschaut, Danny, pass auf Wenn das gleich wieder passiert Wirklich, ist das so? Ich hab dich verschaut, ja Scheiße Ist das so? Okay, perfekt, Jonas Oh Warum sammelt sich das? Ich hab Angst Ich hab Angst Warum können wir nicht einmal Glück haben? Ich hab's nur in der Hand, denke ich Warum denkst du auch an? Die Frauen haben nur plus zwei Karten unterstehen Angst, wir haben da irgendwas an Glück überhaupt? Es ist schön, dass keiner unsere Karten sieht, nie Weil ihr beide aufnehmt True Aber wir müssen sie aufnehmen, ey Nur aus eurer Sicht, immer mal wieder so einfügen Damit man sieht, wie verkacken wir in diesem Moment überhaupt, auch aus der anderen Sicht Ich hab Angst Ja Nein, Damon Alter Die haben nur so Karten, ehrlich mal Ist das nur ein wenig? Es ist wirklich komisch Ich hab die Ja, muss schon die geschehen Junge, ey, jetzt reicht's mir Genau Ich hab nie wieder gespricht nach diesem Projekt Jonas, jetzt zieh mir die ab Jawoll, hau deine Karten raus Du hast ja so viele Jawoll, Jonas Ja Anz auf Anz auf Anz auf Anz auf Anz auf Wir brauchen jetzt Glück, Jonas Wir brauchen Glück Was? Was ist Glück? Kann man das essen? Das ist der ultimative Freundestest, leider, ne? Ich kenn' Kathi schon ewig Und ihr zwei kennt euch sozusagen ewig Ja, aber trotzdem können wir nicht gegen euch Oh mein Gott Weg sie, komm Weg sie, komm Ich will nich Weg sie Weg sie Weg sie Weg sie, weg sie Egal Ich finde sie scheissegal Kannes dir auch scheissegal bringen Oh mein Gott nein Lukas, warum hast du das? Jonas, das kann ich auch nicht bedenken, dass ihr immer ne scheiß Karte habt. Jonas, du weißt dir das nicht, wir haben immer eine. Das tut mir ja auch leid. Wir haben immer eine. Ich kann alles weggehalten. Boah ey, was ist los mit euch, wirklich? Das ist so nicht nur normal, Alter. Kommt sogar schon die Feuerwehr bei mir. Ach ja, guck mal, das willst du sogar extra aus Provokation überlegen, weißt du? Ja. Die spielen mit uns. Ja, Bruno. Sehr gut, oh mein Gott. Warte mal, Jonas, kleiner U-Turn. Scheiße, ich hab noch so ne Karte gekriegt, ich könnt kotzen, Mann. Ich füge es hier, Mann. Nein. Oh. Okay. So, du weißt, was du getan hast. Ja klar, weißt du, was du getan hast. Oh, scheiße. Jetzt, jetzt wandern die sich, pass auf. Komm, Jonas, jetzt schlagen wir zurück. Also. Mit Karten. Schön zu hoffen. Ich wollt grad sagen, Alter. Na Moment, stopp. Zeig. Frauenschläger, Lukas. Wir? Die schlagen uns wohl eher. Wir schlagen uns im Spiel, wir schlagen euch ins Gesicht. Was? Was? Du hast gesagt, der schneidet Jonas ja nicht, ne? True. Halt mal alles an Cut. Unnau. Jonas? Plan YZ. Äh, der war was? Der Free-Bally. Genau der. Cut der? Der Free-Bally. Jawoll, komm. Oder auch nicht. Das ist nicht dein Ernst. Oh, fuck, ey. Oh mein Gott, Jonas. Ja, mach! Ja! Jawoll, okay, sehr gut. Wichtig, wichtig. War jetzt... Ja, okay. Ja, guck mal, 290, ist okay. Mhmm. 290 Synch, solide. Oh, nee, jetzt haben wir jetzt noch große Punkte mal. Es sind nur noch fast nur noch Punkte weniger als ihr, aber hey. Ja, solide. Man muss alles positiv sehen, wir werden alle sterben, von dem her. Was? Hört doch auf. Jonas, risk? Ja, riskiere. Ich riskiere. Frisch das. Ja. Oh. Ja. Jonas, du kannst auch mal drauf achten, was ich so hab, ne? Wie wär das? Ja. Ehrlich? Ich hab nur noch drauf, mein Mann. Ich hab nur noch einen Partner. Jonas, ey! Alter. Ich sagte manchmal auch nicht so. Nein. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab Angst. Oh, scheiße. Sorry, Jonas. Ist mir leid. Ja, alles gut. Alles gut. Ich hab's selber verkackt vorhin von dem her. Ah, gut. Wir haben beide verkackt, sagen wir's einfach so. Schön, dass ihr wisst, wo eure Prinzipien stehen. Hey. Ja, du hast noch Ehre. Katzi? Was ist die Ehre? Kann man das essen? Katzi? Nein. Ich muss die, was kommt. Oh Gott. Jetzt. Komm schon. Nein. Sorry. Alles gut. Ist okay. Ist okay. Ja. Kannst du irgendwie... Oh nein. Kannst du nochmal? Nein. Soll ich? Mach. Ja. Katzi? Ich hab ne Idee. Idee. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jonas. Jonas. Oh. Bitte, Jonas. Bitte. Ja, Mann. Ja, Lucas. Ja. Jonas. Wir haben's geschafft. Ja. Ja, Mann. Wir haben uns Outrage. Ja, wir haben uns Outrage. Ja, wir haben uns ausgedreht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist übelst eng. Das kann ich wahr sein. Das ist ein enges Smash, Alter. Da hat er kaum einen Like dran lassen. Wer hat gemischt? Jonas. Hallo. Okay. Immer. Katzi? Mhm. Die haben nur so Karten. Die sammeln, die sammeln. Ich weiß die Taktik. Ja, die weiß ich eh schon, aber... Sie macht's wieder. Pass auf. Nein, mach... Katzi. Mach irgendwas. Irgendwas. Machen wir's so. Okay. Du hilfst uns grad. Das ist voll toll von dir. Mhm. Dankeschön. 1. Union. Matches. Oh oh. Rechts. Rechts. Sehr schön. Ich hatte nicht genug Karten. Ist okay. Ist okay. Katzi? Hm? Ist immer gut. Mhm. Ich versteh, was die machen. Alter! Ich kann nur die Deck Karten. Jonas, jetzt Achtung. Ja, Lukas, riskierst du. Ja, ist okay. Ach du Scheiße, das ist nicht der Erd. Ich hasse mein Leben, Alter. Der muss so viel einstecken können. Okay. Jonas, alles noch gut. Wir schaffen das noch. Nein. Ich hoffe es nicht mehr. Wo denkst du eigentlich hin, dass wir es noch schaffen können? Oh mein Gott Jonas, wir schaffen es doch noch. Ich habe Hoffnung. Du musst glauben, bitte Jonas. Glaub dran. Du weißt, welche Karte ich jetzt legen würde? Ja. Aber warte mal. Ja, aber warte mal. Oh, ist okay. Okay. Scheiße. Scheiße. Ist okay. Jonas, mach Dingens. Bleib da. Bleib. Ich auf meine Kappe. Ja, okay, gut. Alter. Ich. Oh Gott. Okay. Du hast... Das ist gerade... Du hast... Oh Gott. Okay. Du hast... Oh Gott. Ich hab's... LoL. Es ging einfach. Oha. Soll ich so spielen? Mach. Bleib auf Blau. Sechs. Sie hat nur die Karte. Ist okay. Ist okay. So. Sehr gut. Soll ich selbst das geben? Ne, alles gut. Ich durfte auf Böden. Ne, alles gut. Oh ne. Scheiße. Sie hatte die Karte noch. Ich hasse mein Leben. Scheiße. Die habe ich nicht übergedeckt. Ja, ich dachte mir gerade, sie ist ein zu tun. Ja, ich dachte mir gerade, sie ist ein zu tun. Wow, wow, wow. Uh, 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 uh. Schon wieder über 200 Punkte mehr, Mann. Oh, Medaillien freigeschaltet. Oh mein Gott. Ich habe so viele Medaillen freigeschaltet. Soll ich noch mal einmal Solo machen? Können wir noch einmal Solo machen? Ja. Ich würde einmal noch Solo machen. Verlassen? Aber dann, ich kann das auch einstellen, dass nur eine Runde ist, ne? Udo. Solo? Ja, ich bin raus, ne? Jetzt, wir müssen alle wieder raus. Ich muss die neue PC machen. Gut. Ah, 2. So. Eine Runde! Lobby Beitreten. Eine Runde, genau. So, leider. ah, annehmen. Oh ja, oh ja, oh. Let's go. Let's go' mal, dann kann ich mir gleich annehmen. Dann chillu's mal, dann kann ich wirklich annehmen. Dann chillu es mal. Dann kann ich vielleicht annehmen. Eine Runde, genau. ILLlich immer. Dass du das finde ich, immer? Ich muss immer rein tappen. also das war richtig kopf an kopf rennen so was wenn man so richtig drauf drücken naja moin jonas drücken muss gelernt sein das ist immer so ungewohnt kann die karten nicht zu sehen scheiße immer wieder ist er mit danni ich habe keine lust auf die leben hier gefühlt sind wir doch im team gell kann man kann man jemand drehen oder so das kommt noch mal jemand drehen Nee. Bitte. . K. 69. Ganz gefühlt jede Runde. St correr's ernst. Ja, du wolltest dich drehen. Oh mein Gott. Nice. Dankeschön. Gönn dir die über den Arsch. Trotzdem ist... Ja. Egal. Gönn dir die. Gönn dir die. Gönn dir die. Weißt du, ich mag Katzi, ne? Anders wie du. Boah. Ich wollte dir auch die reindrücken, nicht ihr. Ich weiß. So wie du mir auch immer alles reindrückst, Jonas. Ehrlich. Wie auch im Teamspiel. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Das musst du richtig gut aneinander schneiden. So wie du mir auch alles reindrückst. Oh, Jonas. Bitte was? Bitte was? Ah, genau. Jetzt. Okay. Oh, danke. Ich weiß nicht, dass Jonas gewinnt. Weißt du, Lukas, das ist halt einfach bei dir im Video schon. Und die ganze Zeit einfach nur so eins am anderen. Und so. Oh, Dani. Ja. Das tut so weh, Alter. Alle drei. Alle drei. Alle zwei. Ah, nie wieder aus der Reihe. Ich tanze, tanze, tanze aus der Reihe. In der Schule. Er hat sich immer lange Weile. Oh ja. Er hat grün, er hat grün, er hat grün. Mach, mach. Gelb, 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 gelb oder so. Irgendwie so. Ach, Dani. Ach. Du siehst nicht mehr zu erpressen wie ich. Er hat... Nein! Was ist denn mit denen los? Was ist denn mit Carsten los? Carsten. Altsum. Carsten. 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 Ich liebe geht raus. Unglaublich die 4-3-5. Ehrengewinner. Ich bin Level 30, fällt mir gedacht. Ich hab grad zwei Level übersprungen, weil ich so viele Medaillen bekommen hab. Ich muss sagen, das hat einem wirklich fertig gemacht. Aber Leute, wenn's euch gefallen, dann lasst es uns doch gerne wissen. Daumen nach oben. Kommentieren abonnieren. Nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Nein, Jonas. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.